Guten Morgen, es ist Montag, auf alle Fälle Montag, war jetzt mein Lieblingstag in der Woche und ich glaube der 26. Plötzlich schauen, ob die Ausziehnot da ist und dann sofort wieder zurück, aber ein Foto muss ich machen. Sonnenaufgang ist weiter, soweit reicht es jetzt von mir aus. Kann man machen, hat noch ein wenig Ostsegel drauf. Zieht immer schlechter. Meine Brille bepflegt, ich sehe gar nichts. Seid ihr noch da? So, und wieder zurück. Jetzt waren wir am Strand gerade und voll lauter Spaß, den wir da hatten, also ich und Koki. Habe ich ganz vergessen, irgendwas aufzunehmen. Sorry. Kaffee und Lebkuchen. Hallo Jens. Hallo Jens. Die ganze Laufwollte mal wieder umsonst. Danke. Das war's. Oh, ganz knapp. Guck mal hier, 23,59. Das zählt noch zu heute. Auch wenn's jetzt länger dauert. Ja, aber so lange dauert das gar nicht. Ich wollte nur kurz sagen, Jens, wie ihr gesehen habt. Wir mussten ein bisschen viel internes Zeug besprechen, weil ich ihn nicht mit aufnehmen konnte und aber auch nicht mit aufnehmen wollte. Ähm, naja, jedenfalls ist er los vorhin und... Oh, mein süßer Hund. Naja, äh, Entschuldigung. Äh, ja, jedenfalls ist er los und ich schneide hier noch ein Video, das ist vom 24. Da hab ich sehr wenig aufgenommen, er wird kurz. Krieg also auch noch fertig. Ähm, ja. Äh, äh, puh. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also mach was kurz und schmerzlos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, hinterlasst ruhig mal so einen Kommentar. Was auch immer ihr sagen wollt. Und, wenn ihr nichts dazu sagen wollt, dann macht so einen Daumen hoch unter dem Video auf YouTube. Wär auch ganz cool. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und, äh, bis zum nächsten Video. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017